Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Dualseelenastrologie am 17. Mai 2018 Bei diesem Aufnahmen Dualseelenastrologie geht es um Geheimnisse. In erster Linie selbstverständlich um die Liebe, Partnerschaft oder Dualseelenprozesse. Aber wenn ich erkennen kann, welche verschlüsselten Botschaften vermittelt mir die Horoskop, dann werde ich diese Geheimnisse auch vermitteln. Bestimmte Tage stehen energetisch in Verbindung und wir machen einen Rückblick. Der heutige Tag steht in Verbindung mit dem Tag der 15. November 2017. Astrologisch kann ich beschreiben die Vergangenheit in diesem 15. November 2017. Die Erwartung war da, die Wunsch über Gefühle offen zum Sprechen oder die Erwartung auf ein Nachricht. Und diese Nachricht kam nicht. Und über Gefühle wurde auch nicht gesprochen. Das heißt, dieser Wunsch wurde unerfüllt. Die Energie kehrt jetzt zurück. Wir haben heute dieselbe Energie. Das kommt alles wieder hoch. Entweder die Erinnerung und die Traurigkeit kann auch bedeuten, dass diese Person meldet sich plötzlich. Diese Nachricht kommt. Oder auf einmal kann man auch über Gefühle offen sprechen. Das heißt, es wiederkehrt sich die Thema wieder. Aber wiederkehrt sich auch dieses Gefühl und kann auch passieren, dass diese Person auf einmal wiederkehrt. In diesem 15. November 2017 war noch ein Thema und das war die berufliche Situation. Viele von euch wollten beruflich verändern. Oder kam eine Absage. Dieser Wunsch wurde auch unerfüllt. Und die Energie ist wieder da. Das heißt, heute ist möglich beruflich verändern. Oder kommt jetzt ein Vorstellungsgespräch oder ein Arbeitsvertrag. Die Möglichkeit ist da, dass dieser berufliche Wunsch zur Erfüllung geht. Was uns wichtig ist, die Zweifel, die Angst überwinden, damit diese Energie fließen kann. Die Themen kehren wieder zurück. Gespräche über Gefühle oder eine Nachricht, was wir warten und damals kam das nicht. Und jetzt ist möglich, dass diese Nachricht doch kommt. Oder ein Vorstellungsgespräch oder ein Arbeitsvertrag. Welche Geheimnisse vermittelt noch die Horoskop am 17. Mai 2018? Das sind Themen, was noch nicht offensichtlich ist, worüber noch gar nicht spricht. Das trifft vielleicht nicht genau heute ein, aber es ist zum Erwarten, dass in die Tage in diese Richtung was kommt. Das ist eine Reise oder ein Nachricht von Ausland oder ein Besuch von Ausland oder ein Gerichtstermin oder ein Erbschaft und ein berufliches Angebot oder ein Arbeitsvertrag. Das sind die unerwarteten Ereignisse. Bei einer oder anderen ist auch möglich, dass etwas zu Ende geht oder wird etwas beendet. Das ist auch möglich. Und das war meine heutige geheimnisvolle Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.